Jetzt kommen wir zu einer Band, die schon mal beim Bundesrepublik Song Contest teilgenommen hat, einige Jahre zurück. Und damals haben sie als Newcomer-Band einen überraschenden vierten Platz belegt. Jetzt kommen wir zu Baden-Württemberg. So, Glaston-Spiel sind hier. Ihr tretet an für Baden-Württemberg? Ihr wart ja schon mal dabei, ne? Genau, 2011 war das. Und ihr habt ganz gut abgeschnitten, ne? Ja, für den Platz, als absolute Newcomer. Und danach ging es für uns eigentlich auch echt steil bergauf und dann haben wir gedacht, ey, das war so geil, dann müssen wir nochmal mitmachen. Und das Sinn und Zweck des Bundesrepublik Song Contest, das kann man ja sehen, dass auch Bands, die vorher eigentlich unbekannt, fast unbekannt sind, dadurch einen richtigen Shoot bekommen, ne? Absolut, ich meine, es ist auch noch die letzte Plattform eigentlich so, in der Musik stattfindet, auch tatsächlich live. Und ich glaube, das finden die Leute ganz geil. Euer Song, den ihr spielt, worum geht's da? Der heißt Geiles Leben und es geht um eine Person, die sich der Party verschreibt und den Drogen, den unwichtigen Dingen des Lebens und sich dadurch verändert. Wir singen darüber, dass wir diese Person nicht mehr wiedererkennen und hoffen, dass sie doch nochmal zurückfindet. Das wird eigentlich keinen Bock drauf haben. Okay, ihr seid aber mehr, ihr seid so mehr die Konservativen in der Musikszene. Wir sind ja auch aus Baden-Württemberg. Ja, natürlich, selbstverständlich. Öl's im Ländle. Könnt ihr was singen? In Schwäbisch, in diesen Äffle, wie heißt das, Äffle-Blues? Äffle, Affen, Affle und Pärtle. Das ist der Banane-Blues, gell? Das ist der Banane-Blues, der Himmel hegt voller Banane-Blues, dass ich was mal haben muss. Denn ohne ist mal ganz und gar, aufgeschmissen ist sich ab und klar, dass ich der Banane-Blues. Ihr habt ja ein paar Vorbilder, musikalische. Wer ist das bei dir so? Ähm, also früher, klar, über die Eltern, so Deepish-Mode. Und, ähm, was ist auch ein Duo, Tink-Tinks aus England. Tink-Tinks? Auch ganz geil, ja. Tink-Tinks finde ich super. Und wir, wir spielen, äh, wir spielen jetzt was von den Tink-Tinks. Ja, okay, cool. Okay. Äh. Was magst du denn spielen? Ja, äh, Shut up and let me go. Der Text ist einfach, da kann ich mitmachen. Ja, sehr gut. Habt ihr eine gute Choreo? Oder muss ich den die holen? Wir können ja, wir können ja immer hier den einen Step hier... Der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Der ist total hip. Ja, finde ich auch. Da kannst du auch nicht viel falsch machen, ne? Da haben wir schon den Beat. Ich mach direkt mit, okay? I am freaking, I am faking this, I am freaking, I am faking this, I am freaking, I am faking this, shut up and let me go, hey! I said hip, hop, hibble, 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 you don't stop the rock to the bang, bang, bang. You said I'm jumping to the rhythm, I love moving the beat. Good times, these are the good times. Uh. Leave your hands behind. Huh, huh. These are the good times. Ah-ah! I am freaking, I am faking this, I am freaking, I am faking this, I am freaking, I am faking this, I am freaking, I am faking this. Dann wünsche ich euch viel Glück und Glasperlenspiel treten an für